Ich mach das schon. Ein Konflikt! Wendy! Wendy, Wendy! Wendy! Komm schon raus, Süße! Los, komm raus! Du weißt, dass sie nicht hier ist, oder? Pff, ja. Was? Sie ist heute mit ihrer Familie zum Campen gefahren. Wenn du ihr mal zuhören würdest, dann wüsstest du das. Was hast du gesagt? Ich sagte nur, sie ist nicht hier. Oh nein, du willst es wirklich wissen, was? Na schön, klären wir das Kleiner. Du glaubst wohl, ich weiß nicht, was hier abgeht. Du stehst doch auf meine Freundin. Oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Was? Nein, komm schon, Mann. Ja, als wäre sie scharf darauf, mit einem zwölfjährigen Jungen auszugehen, der jeden Tag dieselben Shorts anhat. Hey, ich hab ne Idee. Ich ruf sie mal an und frag sie, ob sie mit dir auf ein Date gehen will. Hey, was? Warte, was soll das nicht? Oh nein, bitte nicht, Mann. Was willst du jetzt machen, ha? Na, was nun? Mein Telefon! Ich kauf dir Neues. Oh nein, so leicht kommst du mir nicht davon, du Wurm. Hey, ich erkenne einen Kampf, wenn ich ihn sehe. Bleibt, wo ihr seid! Du, ich, Circle Park, 3 Uhr. Klären wir das ein für alle Mal. Ach, jetzt ist er weg. Ich wollte gerade die Jungs anrufen und ein paar Wetten abschließen. Die enge Hose ist mein Favorit.